Die AFC Champions League 2010 war die 29. Auflage des höchsten Kontinental-Wettbewerbs in Asien, der zum siebenten Mal unter seinem jetzigen Namen ausgetragen wurde. Der Gewinner des Wettbewerbs, Seon Namil Vachanma, qualifizierte sich für die FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2010. Die Auslosung fand am 7. Dezember 2009 im Hauptsitz der AFC in Kuala Lumpur statt. Qualifikation Insgesamt 38 Mannschaften nahmen an der AFC Champions League 2010 teil. Nach Abschluss der Qualifikationsrunde nahmen 31 Mannschaften sowie der Titelverteidiger aus dem Vorjahr an der Hauptrunde teil. Anders als zum Beispiel bei der UEFA Champions League waren nur bestimmte Länder und Verbände Teilnahme berechtigt, die den Kriterien der AFC entsprechen. Qualifikationsrunde Je eine Mannschaft aus Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Arabische Emirate, Indonesien, Indonesien, Singapur, Singapur, Thailand, Thailand, Indien, Indien, Vietnam, Vietnam, plus die Finalisten des AFC Cup 2009. Die Verlierer der Qualifikationsrunden spielten im AFC Cup 2010. Gruppenphase Zwei Gewinner der Qualifikation Direkt qualifiziert waren Je vier Mannschaften Japan Japan China Volksrepublik VR China Iran Iran Korea Sud Südkorea Saudi-Arabien Saudi-Arabien Je drei Mannschaften Vereinigte Arabische Emirate Vereinigte Arabische Emirate Je zwei Mannschaften Australien Australien Usbekistan Usbekistan Katar Katar Je eine Mannschaft Indonesien Indonesien Qualifizierte Mannschaften Qualifikationsrunde Gruppenphase Ergebnisse der Qualifikationsrunde Sternchen Alku White Kai Fan war ursprünglich für die Qualifikation der AFC Champions League 2010 startberechtigt. Konnte aber nicht die erforderlichen Kriterien der AFC Champions League erfüllen. Churchill Brothers war damit automatisch eine Runde weiter. Modus In der Gruppenphase spielten 32 Mannschaften in acht Gruppen mit jeweils vier Teams im Liga-Modus. Dabei wurden die Mannschaften nach geografischen Gesichtspunkten aufgeteilt. In den Gruppen A bis D spielten die Teams aus West- und Zentralasien. In den Gruppen E bis G traten die Mannschaften aus Ost- und Südostasien an. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für die Finalrunde der letzten 16. Das Turnier wurde mit der Drei-Punkt-Regel ausgetragen. Das Viertelfinale ist ausgelost worden. Es konnten jedoch nicht zwei Mannschaften aus einem Land direkt aufeinandertreffen. Die Mannschaften spielten im K.O.-System mit Hin- und Rückspiel den Turniersieger aus, wobei die Auswärtstorregel galt. Sollte auch im Rückspiel und oder in Spiel nach regulärer Spielzeit und Verlängerung kein Sieger feststehen, wird der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt. Der Turniersieger qualifizierte sich für die FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2010 in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Spielplan Qualifikationsspiele 30 Januar und 6 Februar Gruppenphase 23.24 Februar 9.10 März 23.24 März 30.31 März 13.14 April 27.28 April Achtelfinale 11.12 Mai Viertelfinale 15 September 22 September Halbfinale 6. Oktober 20 Oktober Finale 13 November Gruppenphase Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H Finalrunde Die Begegnungen fanden am 11 und 12 Mai 2010 Stadt Rückspiele gibt es im Achtelfinale nicht. Die Hinspiele fanden am 15 September Die Rückspiele am 22 September 2010 Die Hinspiele fanden am 6 Oktober Die Rückspiele am 20 Oktober 2010 Finale Torschützen